hallo und herzlich willkommen zur fünften folge model minecraft mit dem modpack obscurity nachdem wir letzten folge herausgefunden haben dass unsere art notfall nahrungsmittelversorgung nämlich dieses monster jockey ebenfalls zur leder herstellung funktioniert sind wir gerade dabei die quest für das leder abzuschließen aber das leder braucht noch ein paar minütchen aber das ist schon fertig sehr schön wir klären wieder unsere anlitten touch und sollen jetzt anlitten misery sollen wir 16 anlitten tors herstellen not that you harvest at this rock it seems to drop the dust of some kind you might be able to find a use for that wait maybe you could make a touch with it darn it the dust isn't reacting to the sparks i've created between rocks try using that flint and steel you were given a little while ago machen wir das mal gerade kurz noch taille aussortieren wo kommt denn das ganze ich vermute mal die herzen kommen hier hin das erz hat mich da oben zu die warst du die erste kiste vorgesehen das aber auch holz dran und pflanzen ja das ist so eine machen wir brauchen für die 16 fackeln brauchen wir 32 lumen ein dust das heißt also hooper müsste man mit seinem lumen hochkommen wie viel hast du denn 12 dann bringen wir gerade hoch bitte wir troppen hier einmal vier traus das heißt das wären 16 perfekt bitte einmal ihre ihre lumen hat abgeben schien um paar um paar das leder ist noch nicht fertig okay dann können wir hier nämlich unsere 16 fackeln ich brauche natürlich auch die menschen 16 4 8 12 16 16 oh nein 32 brauchen wir noch 32 lumen ein ohr 4 8 12 16 jetzt ein bisschen wer zählen kann ist klar im vorteil also zack 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 und unlit torch so die quest könnte auch abgeben ich klaime meine andere torts und wir bekommen als belohnung zwei steeling jetzt denn mit diesen zwei steeling jetzt müssen wir jetzt in die nächste quest angehen der wäre light it up torches do not ignite themselves wer ist das gedacht you will need ignition device a flint and steel should do the trick session however when you go to craft this item you find that regular metal iron will not fit the purpose for this tool anymore a stronger metal is needed steel a more suited candidate for our lighter wir sollen also einen flint and steel craften das geht fast auf die bekannte weise nur dass wir jetzt eben zwei ist die brauchen statt einem eisen da haben wir hier schön beim fänden stil sollten jetzt da ich habe einen flitten stil wenn ich jetzt noch eines claimer dann braucht ihr keins zu klären da man nämlich zwei stücken das sollte eigentlich genügend für den anfang und ich habe vier sound machen auch sehr schön das wäre eventuell eine erleichterung für unsere armen ohren wir könnten jetzt mal alle andere torts geben da die kann ich nicht kommen alle anzünden so acht davon acht davon und 22 davon ergeben wieder ein paar leben für uns müssen unsere 60 leben bald erreicht haben dann geht nicht mehr mehr 26 haben wir schon sehr schön an den tortsch ist oh ja dann sind sie doch einfach an naja egal ach gott da zack alle tortsch so ressourcenkiste irgendwas erzkiste erzkiste stil die iron das ist die kiste mit dem iron upgrade ja dann nehmen wir das und das auch noch da raus und packen wir auch noch da rein so was waren unsere quests wir sollen vier jack o'lantern craften einen haben wir ja schon haben wir einen weiss ich nicht ich hab doch eben achte da steht natürlich da ich hab dir einen als reward bekommen dahingestellt also vier stück sollen es sein you now know how to create a basic light in this dimension unfortunately the standard torch does not give off enough light for your siblings to grow as you progress you will discover far more powerful light sources ahja bei combining a pumpkin and four torches you can create a jack o'lantern this will give off enough life for saplings to grow keep in mind that a drop chance is still not guaranteed when breaking the jack o'lantern ja das ist sehr gemein da kann es nämlich manchmal passieren dass er kaputt geht und wir ein stück holz oder auch nur ein kürbis rausbekommen das problem ist natürlich dass wir noch keine kürbis haben das heißt wir sollten uns jetzt erst einmal daran setzen die quest plant grow harvest repeat anzugehen crops are not going to grow out of thin air now are they you might get a few rare seed drops from mobs or you might have to venture out into the darkness to find more seeds in der sollen wir nämlich einen sieht ein pumpkin sieht man sieht carrot potato kakaobohnen und ein schocker cane zusammen suchen was sagt eigentlich unser leder perfekt kann ich das mal gerade kurz abhängen dann haben wir nämlich unsere acht leder zusammen könnten dann bevor wir uns an die plant plant grow house repeat quest machen noch schnell die leder produktion hier einen schritt weiter bringen denn nachdem wir normales leder gemacht haben sollen wir das leder wieder auf unsere try and racks hängen und bekommen hardened leder raus aber dann brauchen wir nur vier da wir aus dem hardened leder aber gerne ein paar rüstungen machen wollen sollten wir tunlichst alles aufhängen denn wir sind schließlich drei leute und ich glaube wir brauchen 21 leder pro ne pro person oder kommt hin nach etwa wir brauchen also jede menge leder hier für unsere jungs einzukleiden für die jungs und schafe einzukleiden perfekt ok plant grow tralala repeat mal hier ich nehme mal einen am wasser mit habe ich schon okay achten ich passiere können wir hier schnell ist habe ich mir vorbei gelegen angst wir müssen vorerst uns um die laba drum herum bauen denn noch haben wir keine 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 möglichkeit hier genug klasse produzieren um uns eine schöne decke reinzuziehen wir haben tun weil sie sind und ja ich habe aber keine lust jetzt zehn stunden zu warten und das normale klasse verballern ich brauche mir lieber nachher das ganze gleich mit clear glass kann ja einfach erstmal anfangen und dann aus spieler austauschen so jetzt darf der humper mal gerade eins nach unten hüpfen und dafür sorgen dass wir unter diesem loch und stein bekommen damit ich da wasser reinsetzen kann kommst du irgendwo runter hier hast du wasser da habe ich was hat er doch sagt spring was er mit also einmal so perfekt und dann haben wir jetzt nämlich unser feld das hat man natürlich am anfang nicht ganz besser können denn wir brauchen das ein bisschen gras denn irgendwoher müssen wir unsere sie zu bekommen und dieses bekommen wir indem wir gras bauen mielen kann mir jemand das glas das gras bringen dann würde ich hier und ein bisschen mehr dort verteilen ich geben hoch etwas mehr dort verteilen das wasser bewässert unsere felder vier blöcke weit also 1 2 3 bis hierhin oder jetzt die von da habt ihr eigentlich schon die bei youtube gesehen habe ich euch schon mal gezeigt wie es runter geht wenn da hier nämlich jemand nachher abstürzt dann was das gewesen da geht es nämlich tief runter tief runter bis ins nichts naja irgendwo so die mitte dass ich noch allen seiten ausbreiten können da wo du gerade stehst was ist so schwer an dem satz da wo du gerade stehst dann können wir jetzt noch ein bisschen das feld weiter ausbauen also ob das hoch doch dahin und haben wir noch ein klein bisschen aufpassen wenn von oben irgendwelche mobs runter gefallen kommen das ist ein schöner creeper oder so herr bombardement haben was 1234 oder seien zu viel dann brauchen wir so einen kleinen rand wo entlang gehen können das kann auch gerne heimlich aussehen das ist auch in Ordnung das kann auch gerne heimlich aussehen das ist auch in Ordnung das Eisen das nehme ich mal noch mit das ist noch mehr Eisen oh Gott man sieht dass diese tubes hier diese voigt tubes äußerst ressourcenreich sind was natürlich für unser vorhaben dann sehr praktisch ist wir können hier unsere haupt ressourcenproduktion rausziehen schockschwere not ich bin gerade abgestürzt aber ich lebe noch ich hab keinen schaden bekommen ok und bevor wir euch jetzt hier noch weiter mit unserem feldanbau langweilen hören wir am besten mit dieser folge etwas früher auf denn auch humpa stellt sich schon ein wenig quer und so lassen wir einfach ins bett gehen und bereiten noch ein wenig für die nächste aufnahme der sitzung vor an dieser stelle bedanken wir uns wieder einmal recht herzlich bei euch zu sehen habt wenn euch die folge gefallen hat würden wir uns freuen wir uns auch das nächste mal wieder sehen bis dahin ciao ciao euer bin